von einem Symptom, ich mein so ein bisschen Fieber, das fasst ja eigentlich, dann könnte ich einfach da reingehen. Ganz klar. Das tut mir so weh im Kopf. Wer entscheidet das? Nur Politiker, ne? Die Experten, die schlagen die Köpfe an die Wände und die Politiker sagen, das machen wir jetzt so. So kriegen wir die Leute noch mehr zum Impfen. Ja, aber... Das ist nur ein billiger Ersatz für die Impfpflicht. Ja. Okay, ich bin bereit, Alter. Mach den weg. Mach den weg. Ja. Das mach ich jetzt nicht. Ich muss das irgendwie... nach irgendwo sichern. Ich hab nämlich einfach echt verzweifelt noch gesucht, wo ich mein Dokument gespeichert hab. Oh. Hm. 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 Ich hab grad noch mal Castlides aus 3D nachgeguckt und das ist echt eh... ein nutzloses Zauber. Castlides ist so nutzlos. Ja. 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 Zum einen gibt's im ganzen Spiel keinen dunklen Bereich, wo man wirklich sowas bräuchte. Ja. Ja. Ja, das war's. Das andere kann's halt nicht. Wir hätten durch die Minen von Moria gehen müssten. Boah, das wär geil, ey. Warte, Gott. Ich muss kurz Sachen setzieren. So, also meine Passen-Tiere. Der Strahlenschutz-Arzt meinte, ich habe verglückt, wenn ich meine Tetanus irgendwo bekommen habe. Weil man die ja immer alle zehn Jahre auffrischen muss. Ja. Und ich habe die 2020 bekommen. Ja. Also alle zehn Jahre ist gut zu mir. Ah. Ja, boof, wenn ich wüsste, wann ich meine gekriegt habe, ne? Wahrscheinlich sterbe ich morgen dann Tetanus. Oh, fuck. Du weißt noch, wie morgen Tetanus sterbe. Oh, ja. Oh. Oh. Ich habe es einmal ausgedruckt, das hilft schon. Oh. 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 Oh, das ist die San-Pai. und das obendrein im ring aus licht und der mitte ist ein handy halt und das macht halt in die kamera richtung weiches licht weil das ring förmig ist ja und du bist dann halt ausgeleuchtet irgendwie so genau aber dabei war irgendwie noch so ein stativstände so ein kleiner so zu mitnehmen und den man den die becky zum beispiel gar nicht gebraucht hätte ja genau ich hätte es gewusst wurdest du noch drüber geredet ja wofür hat die das ist dringlich um was wohl um fotos von sich zu machen warte nur dafür fängt die nicht auch mit streamen oder so so ein real live stream keine ahnung ich ebbe mich du emberst dich ich lege mich wie wird so ein ring licht das hätte ich sogar vorhergesehen ja aber der hat es auf ihrem schreibt sich zum stream und so hell wie das ist das ist voll eklig dahin zu gucken ja wenn das eine zeit lang machst okay aber wenn das so richtig lang was so zwei stunden so ich glaube da krepp mir in den augen ich glaube da kann man auch noch andere sachen holen statt einem ring licht sondern nicht sondern sondern also zum beispiel gibt es so 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 große kästen ob die sind eher viereckig und die sind ich weiß gar nicht wie groß die dann sind ich weiß was du meinst das wird in reddit auch empfohlen ah die sieht man zum beispiel wenn man wenn man zum fotografen gehen logischerweise die macht die machen viel besser aus sicht aber die sind viel größer die passen muss man sich auf den schreibtischen naja also wenn es nicht professionell nachwärts mit das ist glaube ich schon das ist angenehm dagegen zu gucken musste natürlich den schreibtisch in mitte des zimmers stellen und das ist auch wieder irgendwie doof aber wenn es professionell was ist dass er dann arbeit ich weiß das ist schon so viel glaube ich weiß was wir zu tun haben ach fuck it werden durch wir rennen durch anderen wir rennen bis hierhin damit alle aufstehen und dann casten wir den mist so la oh shit ah fuck falsches geld aber du weißt du weißt du das durchgelassen boah wir haben echt scheiß Karten ey, uff ja wir müssen zumindest da durch du musst überleben soll ich durchlaufen? ja ok soll ich starten den Boss? ja mach das frechne ab hier die schönste hier ja ok ok ja komm du kannst den Plan oh fuck warum läuft der jetzt schon nach vorne? macht egal geh nach vorne, geh nach vorne, geh nach... oh so weit wie möglich nach vorne hier, unter dem sind wir sicher oh weiter 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 oh fuck 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 das kriechen hat mich umgebracht äh wo hast du gestanden, dass der weiter gelaufen ist? hinten du hast mich umgebracht wir dürfen doch nicht hinten stehen ok du hast mich umgebracht du hast mich umgebracht jetzt muss ich verhungern Nein. Nein. Brauchen wir einen Pyro? Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen nichts hier. Ah, schön. Wieso sind die ganzen Spells so nutzlos? Tier saunig. Saunig. Scheiße. Das sieht nur cool aus. Ah, Skeletis. Skeletis. Ah, leave me alone. Ah, ich bin tot. Nice. Ich bin nur halb tot. Oh, ey. Okay, dann hätten wir den zusammen vielleicht sogar weggekriegt. Ganz bestimmt. Problem ist, wenn man ganz nahe steht und da so fünf Skelette um einen rumsteht, dann musst du weg. Aber wenn du weg gehst, dann kommt der Spucker. Hm, ja. Die Skeletter sind ein Problem. Die sind ein Problem. Legst du dich? Äh, leg du. Brauchen wir noch irgendeinen Zauber? Cast Line. Ich weiß halt nicht, was wir sonst mitnehmen sollen. Ich weiß auch nicht welcher Ring sonst Sinn machen würde. Außer... Also... Ich hab jetzt den extra Slot halt frei, weil ich den Ring dafür anhabe. Aber... ...die ganzen anderen Ringe, die sind irgendwie... ...nicht nützlich hierfür. Ich hab den Schleich Ring. Ich zieh den Schleich Ring an. Auch wenn's nichts bringen wird. Willkommen! Komm! My body is ready! My body is ready! Bist du sicher? No! Oh fuck! Ja! The Rattens klauen! Richtig heil! Komm mal bei mir hin! Der kann auch seine Magie rausfallen! Er soll ja auch seine Magie raussehen! Ja.. Ich hab eh zu viel davon. Oh god! Nein! Wir haben einen Ratten! Echt?! Ah, doch nicht! Mach mir nicht denn Angst ey... Dieses Crash Creusel... kannst du in der Höhle gar nicht benutzen, weil das irgendwie oben alles ab ejemplofftet. Okay, okay, ich geh schon mal hoch. Here they come! Ich töte mich selbst. Da ist das vielleicht sogar halbwegs cool. Hey! Ui! Ich muss sagen, das hier ist mein Lieblingspart von dem Boss. Ja! Okay, wir bleiben ganz nah da dran. Ja. Und Sklette kann man mit dem Flash Sword wegmachen oder keine Ahnung irgendwie. Wenn überhaupt welche kommt. Okay, auf geht's. Da kommt er! Liegt er mehr Schaden an seinem Kopf? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber nicht zu lang. Ich wüsste nicht sowas von sterben. Sondern ich hab ihn nicht. Ich weiß 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 nicht. Ah! Okay, das war das. Hallo. Ja! Oh! Oh! Das ist okay! Er trifft jetzt über uns? Müsste. Ah. Was macht der? Der hat wieder ein Schwert. Ah! Hin, hin, hin. Und auf den Brustkorb. Schieb nicht an wie so. Irgendwas böses passiert hier. Okay. Achtung. Bumm kommt. Natürlich nicht gedocht bekommen. Ah nächstes Schwert. Ich würde gerne nochmal misten. Nein, ich kann jetzt nicht sterben. Er ist tot. Oh. 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 Das war zu knapp. Oh. Ach. Wir haben ihn. Nice. Seit der Versuch nur, oder? Ja. Okay. Ich komm direkt zurück. Siehst du auch noch die Video-Szene? Ja. Okay, cool. Ganz nett haben die es hier. Gott, nee. Mir fehlt hier ein Stuhl oder so. Ah, ich mach deine Bude kaputt. Ey, was soll das denn? Zerstören. Traburu, Katakums. I come to you. Ah, ich hatte geändert dadurch. Haha. Das gefällt mir. Er legte. Er legte. Da ist es. Blalalalalalala. Er legte. Awaken. Let's go. Ja, das geht. Er ist mir, ich bin. No! Hm. Wollen die Ameisen getötet? Ameisen Ah! Was? Du skippst das? Du Ja, wir ziehen die einfach mit den Skeletten in den Mist rein Rennen die so weit? Weiß ich nicht Ah, die rennen vielleicht gar nicht so weit, okay Wir müssen die wahrscheinlich umbringen Oh boy, here they come Was ist das? Was ist das? Ah, das muss ich wirklich irgendwie Ah! Ah! Was ist das? Ja Ah, sorry Nein Ah, es ist ein Massaker Hm, die gehen weg Oh, da liegt Loot Loot? Oh Scheiß Was ist das? Okay Very good I are red Very good Let's go Achso, warte mal Let's go Aaaaaaah Hey Die werden gar nicht so weit, hm? Ja Ah Hier kommt schon der erste Ekel Ich werde ja schon sein Schwern Ich werde ja schon sein Schwern Ja Zeit für den nächsten Mist Atem Und jetzt? Achtung, Achtung Oh, oh 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 Oh, oh oh Ah, das ist ja nicht Das war letztes Mal nicht so ein Problem Oh 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 Ich heil Ja, ist ja klar Ah, nochmal Gut, dass ich nochmal geheilt habe Oh, oh oh Ja Achtung Das war letztes Mal nicht so ein Problem Oh 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 fuck, das ist direkt hinter mir Ich hab noch viel mehr Fuck Oh, wir waren so knapp dran Ja Äh Die Sklette, ne? Die sind eklig, gell? Die stehen immer wieder auf Ja, das hat ja gar kein Ende Viele sind zwar verratzt Ich weiß auch nicht woran An dem Nebel? Kann sein Vielleicht erwischt ihr die auch Ja Ja, ja Ja Das macht ja auf jeden Fall Schaden Kann man eigentlichen mehrere MISTe aktiv haben Ne, gell? Nur ein Ja aber der hält nur 30 sekunden oder so das heißt wir müssen den relativ neu oder relativ schnell neu wieder jassen jassen zwischendrin schafft man vielleicht so 45 in den soul arrows und Das ist ein One-Hits. Ja, du. Oh, da kommt noch eine Ratte. Ich habe nur das große Schwer. Weil ich gehofft habe, dass ich dann mit dem Boss treffe. Ja, nicht so, oder? Nee. Wirkstens auf die Bracelets. Okay, einmal kurz hier, ja. Wait a while, wait a while. Das ist, oh, fuck, ich habe nur den Möbel, das. Das macht mir nichts. Das ist so geil, ey. Das ist so geil. Das ist so geil. Wait, nein, nein. Easy peasy. Okay. Dann könnte man hier immer so in der Seele wiederholen. Oh oh, das war falsch. Falsche Spellness. Do you think you can handle my spell? Interessant. Oh I missed. Oh fuck. Wird gern wissen ob wir am Schädel mehr schaden machen. Oh, da sind sie schon wieder. Das ist ein Arsch. Oh fuck. Fuck. Das ist ein Arsch. Das ist ein Arsch. Die Schädel sind schwer oder? Das weiß man irgendwie nicht. Ich krieg hier gar nichts mit. Das ist ein Arsch. Das ist ein Arsch. Oh fuck. Das ist ein Arsch. Das ist ein Arsch. Das ist ein Arsch. Das ist ein Arsch. Ich heile. Warte. Oh, der würde gern. So, ich heile. Ach du, der lebt noch. Oh fuck. Falsche Spell. Oh. Fuck. Not like this. Wir sind so kurz davor. Die Han. Die Han. Zweimal Sklette ist aber auch ein riesen Pech. Ah man ey. Gibt es kein Miracle, das da helfen kann? Dad again? Ne. Wenn die ans Leichen zählen würden, wäre voll geil. Ja. Ich habe mal ein Video gesehen, da ist einer, ein Invader hat ganz viele Leiche auf eine Stelle getan und dann hat er etwas gecastet. Ja genau. Ja. Ist okay, wenn der Spell dann stark ist. Ist voll viel Arbeit. Ah man ey. Keine noch? Keine noch? Gar keine? Achso, warte mal. Hier. Also ich muss sagen, das Flash Sword ist einer der besten Zauber. Oh boy, here they come. Oh. 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 Also für dich ist der, der eher was. Der kostet ein bisschen mehr FP. Der kostet 19 statt 14. Aber der castet sich richtig schnell, ne? Ja. Ich hätte die FP nicht dafür. Aber du eigentlich schon. Ich versuch's nicht mehr. Ja. Der macht den Atem. Jetzt echt? Achtung, der könnte loslaufen in dem Moment. Ich komm zu dir. Ah, Mark. Pick hast du doppelt so schnell, kann das sein? Nee. Ah, fuck. Ah, schon wieder die. Okay, spam mal weiter. Ah, oh. Ich heil mal, ja. Danke, Armin. Achtung, weg, weg, weg. Achtung, der haut. Ah, gut. Denk. Ah. Wen will der? Ey. Kommst du zurück? Der kotzt wieder. Nein. Soll ich nochmal heilen? Ja. Okay. Lass du das Spam weiter... Dingsen. Achtung, Skid. Ja. Uh. Die tun auch. Ah. Nein. Ich weiß gar nicht, woran ich jetzt gestorben bin. Mann, ich hab nicht gestorben. Ich glaub wir waren im Nebel oder so. War mir schon zu tief? Geht nicht zu tief. Oh, Gott. Oh, das ist tough mit den scheiß Kleppen. Wie haben wir das? Oh, pures dummes Glück. Ich hab auch. Ja. Ich muss gleich erstmal mal gucken, wie viel Schaden ich jetzt mach. Bevor ich mein... mein Mist wirke, mach ich erst mal den Error und dann mach ich mal den Hail. Ja, ich halt mich dann auch zurück in der Zeit. Aber ich glaub den Hail, da musst du vielleicht mehr als einmal casten, um das wirklich was zu finden. Naja, aber dann weiß ich schon. Vielleicht seh ich ja schon, dass der irgendwie... fast genauso für Schaden macht oder so und dann... Awaken? Eigentlich ging der ja nicht schlecht runter, oder? Hab ich das falsch gesehen? Ja, eigentlich schon. Ich werde die Stabil noch nicht aufbefinnen. Ja, ich werde die Schaden haben. Ja. Ohh! Jan? Okay, ich muss mich beeilen. Bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Das sind die beiden. Komm, wir gehen über die Brücke. Ja, ich will keine OP. Pass auf, ich schütze sie ein. Zorik macht seine Arbeit nicht. Ist echt so, der kommt nicht. Der steht einfach nur da hinten im Gang, oder? Ich weiß gar nicht, wo der spawn. Okay, der ist Damage Test. Ja. Also, der ist befeilt. 228. Okay, das war noch zu weit entfernt. Ich muss ganz nah ran hier. Boah, der macht gut schon. Wenn du ganz nah dran stehst, wie viel dann? Das trifft ja gar nicht alles. Ah, jetzt hast du da schon mit Gas, okay? Ja. Gaius. Gaius. Soll ich. Ah! Mahain, bitte. Dann Bitte einfach keines klettern. Immer von Teufel spricht. Oh. Der wässt sich heifeln. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Du hast ihn. Ich hab ihn. In dem Sohn. Das war ja wohl. Ich war da zwischen den Fingern von dem eingequetscht auf einmal und da kam ein Skilette von der Seite. Woran ist der, wenn du noch verratst? Keine Ahnung, ich hab nicht mehr gecastet. Vielleicht war noch Mr. K. Ganz bestimmt, ja. Ah, gute Mist. Super Mist. Also ich muss sagen, bei den Skeletten war der richtig geil, der Mist. Der hat das richtig gebockt. Kann man nicht von der Stadt hier, wo man jetzt hinkommt, nicht einfach super einfach hier hinkommen zum Abyss? Ist das nicht irgendwie voll der Fehler? Okay, die hatten das ja nicht mit dem Abyss im Kopf geplant. So. Ich glaub, der ist nur hier aufgetaucht. Mhm. Das ist unerwartet. Ich kann, ich kann Spawnfeuer. Nice. Ich war noch im Hintergrund am Sterben. Ja, stimmt. Ah. Erstmal ein Schrein. Ah ja, ich hab gut Seelen. Kau ich mir damit. Kann ich Braille abnehmen? Ich will keine Schönheit. Ich will, ich will der Allmächtige werden. Okay. Wenn du willst. Ich glaub, ich muss anfangen, darauf zu sparen. Ich will gar nicht wissen. 90.000 Seelen ist ja gar nichts. Gar nichts. Ich krieg man für den Typen mit dessen Seele. Oh, gute Frage. Magie? Eine Falle, die denn? Magie? Oh, Black Serpent. We take those. Das ist doch geil. Ja. Das können wir sogar ganz gut gebrauchen. Ja. Do not be. Für einen bestimmten anderen Boss. Welchen meinst du denn nur? Hm. Geben wir es zu dem Boss. Wir müssen zuerst ins erste Bonfire von Irithyll, damit wir unseren Boy losschicken können. Ah. Black Serpent. Das bringt doch. Ich brauche ihn. Eigentlich gehe ich jetzt nur Level um. Ich habe viel zu viel Level. Ja. Level up. Tch. Dann touch the darkness. Ich hole mir gerade immer dieses nice Bonfire auf der anderen Seite der Brücke. Ja. 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 Warte, auf der anderen Seite? Ja. Müssen wir da schön... Ah, da müssen wir hin. Wir müssen in Irithyll rein. Ah, okay. Tch. Wir müssen nur sich schön nicht das Bonfire davor haben. Warte mal, da gibt es gar keines. Doch. Okay. Hm. Nicht doof. So, mal gucken, was das Ding taugt. Und, was das Ding taugt. Oh, das ist eine Stelle. Okay. Hallo, wir... Okay. Wow. Das ist doppelt. Flexer? Nee. Ich weiß schon gar nicht mehr, wozu ich das gesagt habe. Wahrscheinlich der Gegner. So, der Gegner ist... Jetzt geh ich zum Schrein und schick den Boy. Okay. Goodbye. 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 Goodbye everybody. Hallo. Hallo. Hast du den auch geschickt? Ich geh jetzt hin. Grecis. Oh, hi, huh? Hmm. Your ring. Send him. Okay. Okay. Ich habe meine Idee. Give Umbrella. Oh, hi, ich... Aschen 1. Du auch. Hm? Welles ist? Ist ja irgendwas Schönes. Mmmh. No. Loyal Children. Bring... Ja... Du warst noch nicht an Demon Ruins Bonfire, oder? Nee. Ich komm zu Abandoned. Ich leg... Hast du den Serpent ausgerüstet? Nee, gute Sache. Tschüss. Warte, bevor du mich beschwörst. Ja. Ich will noch gucken. Ah, der kostet 19 FP, das geht klar. Ist ich... Ist okay. Ist okay. Ich glaub, jeder andere... Pyro kann man sich hier... ...sparen. Kannst du dich beschwören? Ja? Ja. Kannst du dich beschwören? Ja, ja. Kannst du dich beschwören. Kannst du dich beschwören? Kannst du dich beschwören? Kannst du dich beschwören? Kannst du dich beschwören? Kannst du dich beschw downstreamst listings, Smart��k 해주 président ist und, Ich kassier schon mal die Schläge für dich Oder auch nicht? Ich meine ich hab nichts Ooooooh Oh ja Ja genau so Ich hab ihn Ich hab ihn Sehr gut Ich hab ihn Ja genau Ich hab ihn Kann ich ja ballern Okay, ich bleib dann auch mal lieber hier Das ist ja wild Der ist echt X zu bekämpfen, muss ich sagen Ich schauke Ja Gottschus Das ist so weit weg. Ja. Go Humanity! Das ist so eklig. Mach 130. Wieso schießt die Balli so lange nicht? Okay, da hinten was ja. Ah, da muss ich gar nicht mehr hinlaufen. Ja. Ah, ist okay. Getting lit in here. Gehen wir erstmal auf Loops. Ja. Ja. Das war dämlich. Ah, fuck. Das war auch dämlich. Oh mein Gott. Hm, bleibt mal schön dran drin. Der hat ganz schön, ouch. Ganz schön was an HP. Okay. Ja, du. Oh no, Invader. Wir sollten uns heilen. Fische fürs Volk. Ich versteck mich. Scheiße. Viel Spaß. Ganz ernst. Lass mich verraten. Töte ihn schnell. Müssen Druck halten, ne? Nice. Ich hatte eben kein Mana mehr. Ja. Also das muss ich sagen, Black Flame ist hart. Black Flame ist super fies. Ich hab's schon immer gehasst. Ah, es gab Mestos. Lohnt sich das denn? Ich würd's doch einfach nur, oder? Ich glaub ein paar davon sind fest. Ist ganz gut, wenn die weg sind. Wie der da. Richtig nervig. Autsch. Autsch. Oh, es ging ja nicht weit. Das muss ich ja mal nicht so sehr. Oh. Ha. Da ist halt fertig getroffen. Irgendso ne. Fiesen. Ne. Einmal weiter durch, bitte. Aber hier war doch was geiles. Ne, 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 ne. erst mal und aufpassen auf die schnecke oben das gute loot ist hier das ist ein feuer spell? ich habe keine weile. feuer gegen eine feuerschnecke? vielleicht ist es so weit. vielleicht stark. mal so halb. und das hier? magie läuft. an der throne scharf. feuer. aber hier war doch, warte, da gehen wir jetzt hin. ach so. aber mir liegt nur loot. titanet chart, titanet chart. ne der weg war ein anderer. aber da hinten ist... ist ein loch im boden. ratos. nein. eklig. noch mehr ratos. ratos. ist hier ne wand? ist die man kann? irgendwo war ne wand auf jeden Fall. na? ah. zenten ist ahead. loot ahead. oh ho 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 ho. so. let's go. warte. war hier unten das, was wir hier haben? na. 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 gab's hier auch charts für den flask? weiß es nicht mehr. hier unten war ich eigentlich nicht so oft. ah, die ratten mutter. hier. hinter uns. die habe ich gar nicht gesehen. die kleine. hat das für mich einen schaden bei der gemacht. ah. warte, war es nicht gefallen? da hinter? war noch mehr, oder? ha. was war in der truhe? äh. large tetanite. oh gott. du stehst da drin, brian. stehe gar nix mehr. oh jetzt stehe ich drin. ist der tot? ja, aber nein. wir waren isolat starf. oh. gott schulden. ja, war mir ist tot. oh fuck. stop. oh, hinter uns. oh. war noch ein invader, oder? ich sage. hehehehe. oh. gib ihm. gib ihm. gib ihm bös. weiter. hat er sich einmal getroffen. Der hat mich einmal getroffen zum Schaden gemacht. My thanks. Wie ist das wichtig? Boah, dass ihr werdet mehr oder? Ja. Wo war noch ein Black Knight? Der Boy. Wir dürfen uns einfach nicht treffen lassen und dann geht er klar. Warte. Warte. Nice. Nice. Der troppt nicht mehr was. Zertnis erhält. Und dann beginnt er aufstehen. Fürchtes. Ja. In das was jetzt kommt. Echt? Es war doch nur diese Balliste oder? Wie naiv von dir zu glauben sie sei unbewacht. Ja. Feuer! Mach bloß, der schießt hier hin. Junge, 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 Junge. Nee, nee, nee. Mach ich nicht mehr. Bist du? So, ich hab Angst. Ich fürchte mich wohl hier. Da sind sie. Inki. Na, das ist die Skeletträder. Du weißt genau, was ich meine. Äh, der hat nicht getroffen. Ah, die zerfallen wieder kurz, wenn man die trifft. Oh, boah. Oh, ich hänge schon. Das ist mein letzter Saft. Oh, die. Ah, es wird eklig. Ich glaub. Wär cool, wenn wir nicht beide gleichzeitig pullen. Hm. Äh. Easy. Haha, no scope. Uh. No. 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 Au. Ich glaub, du sollst auch mal das Flächsort mitnehmen. Mach easy. Manchmal muss man. Ja. Dann. Das macht die aus, gell. Ja. Schieben. Cool. Na, von den Städtern mit ihren Ballisten kommt nichts Gutes. Ähm. Warum noch Loot? Oh, guck mal. Hm? Eine Treppe. Hat zwar übel weh getan. Hey, war unten auch noch irgendwas krasses. Ja. Die Krabbe, die nicht angreift. Nee, auch noch hinter der Inbiswall. Ah ja, das hier ist auf jeden Fall nicht die Krabbe, die nicht angreift. Ah. Das hab ich nicht erwartet. Bravo. Quick. Oh, ich hab keine Magie mehr. Hm? Das war nicht so glorreich. Nee. Ah, ich glaub, es gab noch einen Turm da unten. Ich mein, es war irgendwas noch hinter der Inbiswall, die nur von der Balli aufgeschossen werden konnte. Was werden wir neu? In dem Fall ist es so muss ich legen. Ich muss legen. Du muss legen. Ich muss legen. Vielleicht was auch nur ein Ring. Ich muss sagen, ich muss nur ein Ring. Ich muss einen Ring. Ich muss einen Ring. Das ist ja. Ich muss einen Ring. Ich muss einen Ring. Und ich muss einen Ring. eigentlich. Ich bin's Moldering Lake. Ah, wir machen bei Demon Ruins weiter, nicht bei dem, wo ich gerade stehe. Warte, Demon Ruins? Ja. Ah, ich bin Demon Ruins. Ja. Und ich habe gelegt. Ja, ich sehe es. So weit, so gut. Da hätten wir noch lange warten können. Ja. Ich glaube, bis nach da oben müssen wir diesmal nicht rennen, weil... Musste irgendwie nicht. Ja. Wir müssen wohl eher nochmal rausfinden, wo der zweite Taum liegt. Der ist jetzt erstmal lästig. Du kannst ein großes Reich heute. Ah. Du genießt das Life. Das macht schon mal gar keinen Schaden. Ah, so. Du fehlst viel HP. Das ist echt so. Durch weh. Kommen wir da unten durch? Ah, ich glaube, ich habe die... Ich habe die Knochen dahinter noch nicht. Kannst du die beide treffen mit dem Snake? Ja, klar. Cool, cool. Ich bin davon überzeugt. Die Groove Bone-Shot Oh Baby Baby Bone-Shot Wieso musste ich auch daran denken? Man Gehen wir noch zur Spider-Waifu Amazing chest ahead Da klient nur noch die alte davor So sad Dann gehen wir zurück Ja Ah da brauchst du den Eiseleff Stab? Na erstmal nicht Wir wissen jetzt wo der liegt Okay Okay Oh was ist das? Was ist das für Vieh hinter mir? Nötes Nice So was liegt hier? Black Knight Sword das brauchen wir schon mal nicht Doch hier in dem Raum war sonst nix Spaß Was ist das? Oh Gott Deine ist fett Die campen immer Die campen immer War hier irgendwas wichtiges? Ah ja hier war das glaube ich Hier gibt es nur Ein Weg Zwei Wege okay Merken wir uns mal Hier oben geht es nämlich weiter Hier oben geht es nämlich weiter In Bonn 4 Hier oben geht es nämlich weiter In Bonn 4 Ja Ja Es ist eklig Hier war ne Wand Aber die führt nur zurück Ja das führt auch nirgendwo hin Und hier? Ich glaube die richtige Richtung war hier Das andere führt alles nur im Kreis Ja Ich glaube da ist es ja Es müsste sein Ich hab mich getroffen Oh hinter dir Oh hinter mir Ich seh nix Das freu dich Ich hab das Wär das doch wohl Wär das doch wohl Wär das doch wohl irgendwie überleben Wär das doch wohl irgendwie überleben Boah wenn man voll im Giftfeld steht sieht man Scheiß Ich bin Scheiß Der hat mich Das ist nicht Das gibt's aber nicht Jetzt müssen wir dich auch noch dahin bringen Ja ich ämbere mich Ja Seit wann sind sie so resistent gegen Oh Wenn ich allein auf den Gegner treffe Dann darf ich mich an Spawnfall setzen Oh Äh Das war Demon Ruins Demon Ruins oder? Demon Ruins ja Halbstock Oh baby baby Halbstock So Upgelangt Hey I How shall baby Deists Me Let's go Oh nein, ich muss ja wieder gegen die Boys gehen Wir haben so viele HP Ja Oh Oh Ich gehe hier drauf Ich muss mal heilen Heile Ich muss schon herkommen Das ist Danke Danke Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Wie viele von den blöden Dingern hängen hier eigentlich hoch Das ist Das 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 Snippen überlasse ich dir Du hast die Magi Das Krieg ich hier auch noch Nice Cool wieviel der aushält ne oh hey der ist tot der andere hat keinen akku bisher oh doch hat er die halten viel zu viel auf hier der weg geradeaus von nutzlos gern vor ich habe geändert nice ah komm vielleicht sind die deswegen so feuerresistent bloot ah wir müssen hier hoch halb schock oh nice und wieder halb schock feldsteal feldsteal oh super cool ich habe beide getroffen ja got it okay ich gehe raus ich glaube ich muss einmal kurz einen abstecher zum firelink machen ja ja du weißt schon nur äh äh seelen ausgeben vielleicht per spells ja 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 das ja das joh ne Heizelöf, Tome. Pyromancer. Oh, Great Chaos Fire Orb. I'd like to take those. Ah, jetzt bräuchte ich noch die Seelen dafür. Ich hab keine Seelen. Fuck. Man, warum ist er keine Woman? Wäre ein Pyromancer. Great Chaos Fire Orb. Na, das klingt doch ganz nett. Hm, ja. Heck. Ich hab mal alle Spells von dem Typen gekauft. Ich hab meine ganzen Sachen ausgegeben. Nice. Aber um mich hübsch zu machen. Nice. Ich bin bereit für den Daemon. Den Daemon. Den können wir ja... Na ja, kannst du noch die Undead Shards verbrennen. Ah, schön. Dafür müssen wir... ...wieder daemon. Ähm. Ja. All dem können wir die neue Pyromancer eh nicht gebrauchen, sondern nur die Dark. Ja. Ja. Daher. Ja, mal nur, kleiner Pfeifen. Ja, Jürgen. Du warst noch geämbert, ne? Ich bin noch geämbert. Okay, schlecht. Wie ist das? da ist muss man pika 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 Ich hab' ein Déjà-vu. Ich hab' ein Steckes am Boden. Ist das deine Mutter da? Oh! Was liegt da? Was liegt da? Ich weiß nicht, willst du es sehen? Achso, da ist das Shield of Wand. Äh... Aber weißt du das? Ich kenn' jedes Item im ganzen Spiel. Ah, den Dring hinter der Wand kennst du nicht? Ich weiß nicht, wovon du redest. Sogar nur Horace töten? Horace? Willst du ein Schild von dem haben? Nee, aber war der für irgendein Quest wichtig? Ah, das war für ein Quest, die weitergeht, ne? Komm, wir machen den Kalt, warum nicht? Es könnte sein, dass die auch so weitergeht, aber ich bin mir nicht sicher. Nee, ich auch nicht. Da musst du aber den Löwen... ...Ein Teil machen. Damit ich meine Magie nicht so verbrate. Du meinst, ich muss die heiraten? Ach nee, du musst Horace töten. Horace? Ah, das ist ihr Mann, deswegen kann ich den Mann ersetzen, den ich hier heirate. Ja. Oh, hier sind meine Seelen. What? Ah, das hat sich gelohnt. Stimmt, ich bin hier in der Krabbe verreckt. Ah, cool. Hey. Hier, mit der fangen wir nicht nochmal Streit an. Ah. Ah, kack. Ob Horace schwach gegen Deep Souls? Oh, hier sind viele Kälte, oder? Oh, hier sind viele Kälte. Ich kann den Lizard gar nicht töten. Ich hab... Ich hab nichts dafür. Gar nichts? Oh, wow. Der ist echt noch abgehauen in der letzten Sekunde. Horace! Was? Stimmt, ich kann dir ja noch nicht mal helfen dabei. Oh, stimmt. Wow, 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 wow. Ah. Wer macht dich weg? Ich glaub du nimmst Horace auf die leichte Schulter. Ja. Ja. Ja, das trifft einfach. Ja, f-ck. Kein mal noch mehr. Ja. Ja, f-ck. Ja, f-ck. was der aushält ja ja wieso stirbt der gerade dann wenn ich das sage ich weiß nicht hast du auch die passenden pyro ringer also darf ich vorne ran ich bin ja nur das phantom voll voll existentistisch gegen phantome existentistisch rein mit uns ganz nett haben sie hier ah du kannst doch gar nicht ich darf noch nicht oh fuck oh shit here we go oh oh was war das noch mal das geht ja gar nicht so gut ah fuck er will mich oh oh ist er das noch mal oh ich weiß es wieder ich mach irgendwie echt nicht so viel schaden hier mit ich hab so viel wie ich gern hätte ah 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 hab ich richtig gedacht ich probier's mal mit magie so fuck der ring kommt wieder raus oh das geht durch er kommt zu dir haltet ein mit dem wahnsinn haltet ein mit dem wahnsinn also ein dings macht 77 so ein deep soul ich hau ab ich hab leider dein eigenes liksom so weiter eher gesperrt Achtung der macht gleich ise spring leider meck up dich hat er es nicht gebraucht oder Okay, wissen wir wie weit es geht So einen Zentimeter Oh, krass Ähm, wo soll ich hinkommen? Ah, Demon Runes wieder Demon Runes Ich glaube ich packe auch mal Deep Soul ein Und die Pirate auch Oh, Deep Soul hat 77 Schaden gemacht Oh ja, jetzt geht es rund Das ist ja nicht viel, ne? Ah, aber ich werde es so spammen Hm Da war Pestilent Mist besser Stimmt, Pestilent Packe ich auch mit ein Der hat Spammer gewirkt Aber da kann man nicht den Weg so versperren Ach was, das wird schon Macht man einfach direkt auf den Boy und dann Dragon Crest Ring Ich guck mal grad Ob der auf den Mist will Wer ist denn noch? Ja Ja Okay Und? Ne, gar nichts Schade In dem Fall Welcher Welcher Ring darf es sein? Keine Ahnung Machen alle keinen Sinn? Hm Äh Fire Clutch Ring Ja, genau Ich bin ratlos Ich glaube, wenn ich bei der Handmade bin, hole ich mir den anderen Shield Ring da Ach so, dann säcken die Geil Ah ja Geil Willkommen Willkommen Wechselst du, wenn der Boss besiegt ist auf das Schild Ah ok Das war ein Treffer Oh das wird auch ein Treffer Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Ah Der rein? Pass auf, der geht doch wieder raus irgendwann Oh mein Gott Oh das ist schon wieder Not like this Oh, oh Nope Oh 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 du bist fast tot Komm mal her, ich heil Und nochmal Oh Gott, der Feuerring ist echt vor uns gekommen Ah, der steht schön im Pestilent Mist bei mir Ja Wir können uns eigentlich einen abchillen hier Oh 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 Ich muss ja weg Ich muss ja weg Oh Oh Ok Ah Ich glaub du hattest das nicht lang genug, oder? Ja Ja Geschafft Yay Wir haben Zwei Bosse Zwei Bosse Ich gehe jetzt mal leveln Ja, ist ja Und einkaufen Ich glaub erstmal einkaufen Was willst du denn kaufen? Einmal den netten Ring Hm Und dann die Pyros Ja Ich verstehe Hm Hm Not be gone for long Not be gone for long 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 Was soll Mr. Space sagen? Okay. Hm. Könnte es eventuell sein, dass man für die Seele des Demons auch eine coole Pyro kriegt. Oh stimmt. Dafür sind wir. Oh ja. Geil. Oh ja. Oh ja. Forbidden Sun. Hm. Wem holt man wohl eher? Great Chaos Fire Orb oder Forbidden Sun? Das ist eine gute Frage. Sun ist doch viel geiler, oder nicht? Chaos Fire Orb ist eklig. Der hinterlässt was im Wasser. Weißt du etwas im Chaos Storm? Ich glaube den werden wir nicht verwenden können, oder? Nee. Nee. Okay. Ah, aber der. Ja? Ja. Ich habe auch zwei. Ist egal. Schaden macht's. Das glaube ich. Wer ist abgeschossen? Was war ich jetzt mit meinem Seelen? 14.000. Herr Greyrod ist da. Ah stimmt ja. 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 Das ist schon wieder zurück. Krass. Du hast vergessen, dass man da zurückbekommt. Danke der Gäste für das. Ich mag nicht, dass Dinge so nahe zu kommen. Ich hätte vielleicht sterben, wenn es nicht für diese ähnliche Onja-Night gewesen wäre. Aber im Endeffekt hat es alles bezahlt. Schau mal auf. Schau mal auf. Schau mal auf. Sie sind sicher, dass sie etwas benutzt werden. Bester Yoga. Ich weiß nicht, ob ich es übers Herz bringe, den nochmal loszuschicken. Was willst du mit den ganzen Items, wenn du als kostenlosen Zusatz Survivors Guild kriegst? Ey, was für ein Skill? Survivors Guild. Ah. Ähm. Nichts. So. Was würde ich machen? Ich habe es vergessen. Was würde ich machen? Ich habe es vergessen. Nichts. Jetzt kommen wir nach Irreführer, oder? Eigentlich schon. Oder was kommt danach? Was kann man noch so machen? Das war's, gell? Ja. Bis erst, so. Yes. Wir müssen die Hexe befreien. Ja. Deswegen müssen wir nach Irrefill. Das würde ich auch mit, äh, mit Dings machen. Äh, mit der Yuria. Die will, dass ich André heirate. Ja. Aber ich kann ja André nicht sagen, dass Horace Hollow ist, gell? Ja. Du sagst einfach nichts und dann taucht er in der Kapelle auf, soweit ich weiß. Ja, André taucht in der Kapelle auf, oder? Ja, ich glaube schon. Und danach, wenn er in der Tabelle aufgetaucht, rede ich mit der und macht nix. Weil dann kommt der Attentäter, von der die Yuria gerade gesprochen hat, und bringt die weiter oben, Richtung, äh, the bows, the immense bows, bringt er die in die Heiratshalle. Yes. Okay. Und was willst du nochmal mit den Augen von Firekeeper? Die Augen? Ja. Die kommen erst viel später, oder? Okay, ich weiß es gar nicht mehr. Die kommen erst im, nach dem bösen Gandir. Ja, aber was soll nochmal oben im Fire-Ding-Schrein? Was die Seele für das hübsch machen. Die brauchst du ja dann gar nicht. Brauch ich gar nicht. Seitdem du willst Patches im Schrein haben, dann musst du einmal da hoch. Hm, ne, Patches im Schrein haben. Patches gibt dir nix außer ne Geste, was nützlich sein könnte. Vielleicht später, wenn ich nicht hollow bin. Ne, sterbe ich da oben noch nüt. Alter 4. Alter 4. Ich weiß hier. Ja. Vielen Dank.